Willkommen zurück zur Kandos Hörgeschichtenwelt. Nachdem mein letztes Video im Juli erschienen ist, wurde es still auf meinem Kanal. Der Grund dafür lag einmal in meiner völlig übermotivierten Vorstellung davon, jede Woche eine Geschichte herauszubringen und damit dem YouTube-Standard gerecht zu werden, was ich schlicht so nicht schaffen konnte und darum komplett pausierte. Zum anderen bin ich an dem großen Projekt meines ersten richtigen Hörbuches am Arbeiten und das erfordert weit mehr Zeitaufwand, als ich es mir je hätte vorstellen können. Besonders der riskante Versuch, ungebundene Sprecher mit einzubeziehen, hat dazu geführt, dass mir massiv viel des mir zuvor zugesprochenen Materials wieder verloren ging und ich bis heute nicht alle Aufnahmen zusammen habe, die ich für das vollständige Hörbuch brauche. Dennoch bleibt es dabei, das Hörbuch zu meiner Geschichte, das Vermächtnis des Engels Negro, Gottes Gnade, wird kommen, und wenn es ein weiteres Jahr dauert. In Bezug darauf stellt sich mir jedoch die Frage, ob ich die Aufnahmen mit Musik unterlege. Um die Atmosphäre zu steigern und meinen Standard zu erhöhen, ist das eine gute Idee. Aber es gibt auch zwei Kontras. Das ansonsten fertige Hörbuch dürfte sich dann nochmals um eine gewisse Zeitspanne verschieben, da ich die passende Musik suchen, darunterlegen und anpassen muss. Das zweite große Problem ist YouTube selbst. Die Musik wird zwar von dem Gesprochenen übertönt, aber die angedachte Musik käme eben auch von einem YouTube-Künstler mit dessen Genehmigung, und da sehe ich jetzt schon den Strike wegen angeblicher Urheberrechtsverletzungen auf mich zukommen. Keine einfache Sache. Abgesehen von dieser Sache gibt es noch eine andere Neuigkeit. Seit wenigen Tagen gibt es jetzt eine Facebook-Seite von mir als Autoren. Dort werden sich zukünftig alle relevanten Nachrichten rund um meine Projekte und mich als Auto finden lassen. Ebenfalls bin ich seit einigen Monaten auf neobooks.com vertreten. Das ist ein Online-Shop für E-Books, in denen Autoren auf eigene Faust ohne einen Verlag hinter sich ihre Werke verlegen können und selbstbestimmt über Veröffentlichung, Umfang, Preise und alledem, was dazu gehört, entscheiden. Die Links dazu gibt es natürlich in der Videobeschreibung. Dort sind derzeit zwei Kurzgeschichtensammlungen von mir zu finden. Einmal Mittelalter und Neuzeit, diese gibt es bis Februar kostenlos zu lesen, und einmal Tod und Sensenmann für 99 Cent. Beide Kurzgeschichtensammlungen enthalten 10 bzw. 11 Geschichten. Möglichst bald folgt dort auch das E-Book, welches auf meinem Kanal zum angesprochenen Hörbuch wird. In nächster Zeit sind auch wieder normale Kurzgeschichten vorgesehen, sogar mit Gastsprechern. Um die Wartezeit auf das Vermächtnis- Buch zu verkürzen, ist zudem ein Special geplant. Dieses wird eine mehrteilige Kurzgeschichte sein, welches die Vorgeschichte zu zwei der wichtigeren Charaktere aus dem Vermächtnis erzählt. All dies kommt jetzt ohne konkreten Zeitplan, so wie es gerade passt. Das ist zwar für den verwöhnten YouTube-Zuschauer etwas ungewöhnlich, aber es ist der Versuch, die Qualität der Geschichten zu gewährleisten. Und wenn das heißt, dass die Geschichten und Videos ihre Reifezeit in Anspruch nehmen, dann ist das so. Das war's jetzt auch wieder von mir. Bis bald, euer Akandor Andor.